Es tut mir schrecklich leid, oder? Oh, bitte! Wir wollen nur das Leben unseres Freundes retten. Das ist alles. Wir bezahlen sie, damit sie uns hier rein und wieder raus hilft. Sollte bedeuten, ich helfe euch so, dass keiner merkt, was abgeht. Aber nein, für sie bedeutet das, ich schieße auf Leute. Bedrohe anderer Leute Leben. Und ich weiß, du fragst dich sicher, warum vertraue ich ihr? Tja, gute Frage eigentlich. Die Antwort ist, wir haben uns mal geliebt. Ja, sie war meine Freundin, nur weiß sie das nicht mehr, weil sie nicht sie war. Weil sie ihr Vater von einer magischen Klippe stieß und tötete. Da bin ich ausgetickt und hab fast das halbe Universum gekillt. Dann kam sie zurück aus der Vergangenheit und hier ist sie nun. Alle anderen blieben tot, nur sie nicht. Wieso? War es die magische Klippe? Was weiß ich. Bin ja kein verdammter Infinity-Stein-Wissenschaftler. Nur so ein dämlicher Erdenfuzzi, der eine Frau traf, sich verliebt hat, die Frau starb, kam zurück und war echt scheiße. Er hat ein paar wichtige Infos unterschlagen, aber im Großen und Ganzen war es so. Also ist es so. Ich bin Star-Lord. Ich hab die Guardians gegründet. Hab ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße. Oh, bitte. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's. Meine heilige Mission ist es, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Er wollte nie was besser machen. Er hat einfach nur gehasst, wie es war. Ihr sollt wissen, ich bin dankbar, an der Seite meiner Freunde zu kämpfen. Es schert sie ein. Wir haben immer nach einer Familie gesucht, bis wir uns gefunden haben. Seid ihr bereit für ein letztes Abenteuer? Wir werden gemeinsam fliegen in den unendlichen und wunderschönen Himmel. Wen auch immer du da geliebt haben willst, sie klingt mehr nach ihr. Sie? Total lächerlich. Sieht nicht da nicht mit rein. Ganz sicher nicht. Lass den Scheiß! Was denn? Ich wusste gar nicht, wie schwarz deine Augen sind. Sie wurden von meinem Vater ersetzt, um mich zu foltern. Er hat ein schönes Paar rausgesucht. Bis zum nächsten Mal.